Viele, die ein Musikinstrument spielen, möchten das gerne in Gemeinschaft tun, möchten in einer Band mitspielen, in einem Musikensemble oder gar in einem Orchester. Wie beispielsweise unserem Rheinischen Orchester hier in Duisburg. Aber viele trauen sich nicht so richtig. Ja, aller Anfang ist schwer. Man muss, wie man auch schon vermuten kann, viel Luft investieren, um das Fahrrad auch richtig spielen zu können. Also ich würde nach zwei Jahren Spielauer erst empfehlen, in einem Orchester beizutreten, weil ohne eine gewisse Basiskompetenz, sage ich mal, ergeht es nicht. Hallo, ich bin die Theresia. Ja, ich bin hier in diesem Orchester schon ganz lange, schon seit 50 Jahren. Beim 50. war ich schon dabei. Ich spiele Bratsche. Und als ich hier reinkam, konnte ich nichts, also fast nichts, muss ich sagen. Ich war ganz blutige Anfängerin. Und trotzdem ist man gut aufgenommen worden. Alle werden hier gut aufgenommen. Es macht wirklich Spaß, da hier mitzuspielen. Hallo, der Wolfgang bin ich. Ich spiele das erste Cello, bin so seit ungefähr 12 bis 15 Jahren im Orchester. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Immer aus Düsseldorf, fröhlich angereist. Egal wie viel Lust ich habe, ich überwinde mich dann fast immer zur Probe zu kommen. Und am Ende geht man dann doch immer mit einem Lächeln nach Hause, weil es hat sich dann doch gelohnt. Wir sind alles total nette Menschen. Es macht einfach Spaß, in der Gruppe zu musizieren. Und für jeden ist was dabei. Ich bin der Johannes. Bin schon seit 2005, glaube ich, dabei. Ja, also wir freuen uns wirklich immer, dass wir nebeneinander sitzen. Und ich sage dem Johannes immer vor Konzerten, Johannes, du musst mich nett angucken zwischendurch, damit ich nicht so aufgeregt bin. Und das funktioniert dann auch. Ich fühle mich sehr wohl in dem Orchester, weil ich die freundliche und humorvolle Atmosphäre dort sehr schätze. Und besonders schätze ich auch die Freundlichkeit und die große Geduld unseres Dirigenten. Mein Name ist Georg Dücker und ich bin seit 2019 der Dirigent dieses Orchesters. Meine Spezialität ist es eigentlich, dass ich etwas erzähle. Das heißt, ein Orchester, das nicht nur aus Profimusikern besteht, sondern zu einem beträchtlichen Prozentsatz aus Laien besteht, braucht eine Imagination, braucht eine Vorstellung über das, was sie spielen. Und das ist gekleidet bei mir meistens in eine Geschichte. Die Mitglieder des Orchesters, die vielleicht mit ihrem Instrument noch nicht so ganz vertraut sind, die wachsen dann über sich selbst hinaus. Und die wissen im Ernstfall gar nicht, wie schwer das ist, was sie da eigentlich spielen. Und das ist dann ein beglückendes Moment. Und alle sind nach dem Konzert wie auf Wolken. Und genau das möchte ich erreichen. Ich hatte lange Zeit überlegt, wie ich dann mein Geigespielen mir bewahren kann. Und alleine zu Hause üben ist vielleicht auf Dauer dann auch ein bisschen langweilig. Und da sagte meine Frau, geh doch mal in so ein Orchester rein. Und dann dachte ich mir, boah, erst auf der Arbeit, dann die Familie und dann noch zum Orchester, ob das klappt. Und es klappt. Und ich muss sagen, es macht wirklich immer wieder sehr viel Freude, hier hinzukommen. Und es motiviert auch, gerade die Probenarbeit mit dem Herrn Ducker zusammen. Kommt zu uns ins Rheinische Orchester Duisburg. Wir freuen uns auf euch. Jawoll. Wir freuen uns auf euch. Wir freuen uns auf euch.